Hm, sieht aber eigentlich gar nicht so blöd aus, wenn... äh, gar nicht so gut aus, wenn das hier eine andere Farbe hat, da oben. Muss ich ja mal sagen an der Stelle. Ähm, was hatten wir denn da? Hier außen an Pinselei? Ich mach das doch so hier. Das muss ein bisschen einheitlich sein. Ähm, das Haus ist viel zu groß geworden. Kann ich euch mal erzählen hier. Das geht ja gar nicht. So, Dach passt hier. Andere Farbe vielleicht. Ein bisschen schwärzer. Hier komm, mach mal so. Ein paar Kontraste rein, ist immer schön. Ein Weg, ein Weg, ein Weg. Wände und deren Zimmer, nein. Treppe, nein. Geländefarbe. Hier kannst du mal so ein... So, schön. Herrlich. Wobei, wir haben ja auch... So. Wir sind zertreten. Es ist lustig, dass man es hier einfach so draufsprühen kann. Finde ich gut. Haben wir es denn in den Baum? Wäre nochmal ganz cool hier. Wobei, die kosten Geld. Verdammt. Ich will kein Geld ausgeben dafür. Oh, ich will kein Geld ausgeben dafür. Oh, ist das billig? Ulme, 30. Hallo, ich bin Ulme. Oh, der Ulme. So, haben wir uns voll geulmt hier. Puh, ich würde mal sagen, äh, so ein bisschen kleines, so ein bisschen, ja, ein bisschen wildes Gras vielleicht noch. Grünes, grünes Gras. So, wollen wir mal total abgefahren sein oder Gras erstellen. Lieblicher Lavendelbusch. Hier kommt ein bisschen Deko. Hier kommt ein bisschen Deko. So, zack. Ich glaube, wir haben kein Geld mehr. Ja, speichern. Oh, er speichert. Ich bin gespannt. Der Briefkasten ist ja immer geil. Den finde ich immer vollkommen geil. Super, hätte ich tatsächlich gerne. In Wirklichkeit hätte ich ein Haus. Ähm, Haushaltsinventar. Wir haben kein Geld mehr, wollte ich mal anmerken. Wie komme ich hier wieder raus? Live-Modus. Meine Herren, das hat lange gedauert. Das hat wirklich lange gedauert. Es tut mir fast ein bisschen leid. Aber ich glaube. Okay, das ist von hinten vielleicht nicht ganz so schick. Ähm. Ja, doch, hätte ein bisschen schöner sein können an der Stelle. Aber ich denke mal, das sollte gehen. Ähm. Inspiration, ja, ja, ja. Ja, haben wir schon gesehen. Hier, mach mal. Und dann schauen wir uns das mal an. So, Kollege. Ich. Outfit ändern, nein. Joggen gehen, nein. Gehst du erstmal rein hier. Hierin gehen. Ich bin wirklich mal gespannt, wie schnell uns hier jemand abkratzt oder abgeholt wird. Von Leuten, die meinen, dass wir nicht gut genug sind für die Welt. Können wir uns hier mal... Können wir uns hier mal... Das ist doch schick hier. Ich würde tatsächlich hier gerne wohnen. Also bis auf den Bereich da. Wobei, auch das ist gar nicht so schlimm. Ähm. Was machen wir denn mal hier? Erstmal gucken hier. Das haben wir hier. Bestreben, Meisterkoch. Das ist schön. Äh. Karriere. Ist schön. Karriere einschlagen. Ich will doch keine Sachen einschlagen. Das geht doch kaputt. Fähigkeiten. Videospiele. Das ist schön. Äh. Nix. Wir haben Simologie. Wir haben so ein bisschen was hier. Bedürfnisse. Genau. Die würde ich mal offen halten jetzt hier. Sozial hier drunter Spaß. Haben wir hier Blase. Du kannst... Komm, das erste... Also wenn man... Wenn man ein Haus so richtig einweinen will. Eine neue Wohnung. Dann geht man erstmal schön auf den Pott. So. Wo ich kacke, bin ich zu Hause. So ungefähr. Ich werde verpickst wie irgendwie. Ach, hier setz dich mal hin, Junge. Das gehört sicher nicht. Kann man dem das beibringen? Kann man dem eine scheuern? Ich hätte ja gerne solche Funktionen wie bei Black and White noch. Dass man jetzt quasi die, äh... Die Menschen hier selber loben und auch entloben kann, sag ich mal. Immer pff, pff, pff. Von allen Seiten. Das wäre doch mal lustig. Ich meine, das wäre zumindest eine interessante Art, den Sachen beizubringen. Weil ich hoffe mal, dass die eine gewisse Lernfähigkeit haben hier. Was will er denn? Also was will ich? Instrument kaufen. Oh ja. Äh... Gruppenmahlzeit zubereiten. Oh ja. Und schelmisch sein. Nö, weil er ein Spinner ist. Ich bin doch kein Spinner. Habe ich doch gar nicht eingestellt. Spaß geht auf jeden Fall hoch. Blase. Hunger. Hm. Im Handtuch halt ist gar nichts drinne. Merke ich gerade mal. Äh, kochen, öffnen, frühstücken. Also öffnen und dann einfach offen lassen, damit man Strom verbraucht. Ne, oder wie ist das hier? Frühstücken. Rührei. Und jedes, jede Mahlzeit kostet Geld. Das finde ich gut. Was macht der eigentlich? Lernt der gerade irgendwas? Ich sage immer der, ne? Versteht ihr hoffentlich, weil das ist mir sonst zu persönlich. Ich will nicht mit mir selber reden. Das mache ich so schön genug. Kochen, dein Sim, was, also, Fähigkeiten, dein Sim hat die Kochfähigkeit erlangt. Es gibt noch viele andere Fähigkeiten, die es zu meistern gibt. Öffnen das Fenster, um mehr über Fähigkeiten zu erfahren. Also die Bedürfnisse kann man nicht ewig einblenden hier. Kann man leider auch nicht durch die Gegend zielen. Schade. Kochen. Und Videospiel als Fähigkeit. Hm. Früher war eine gute Fähigkeit, mal Videospiel nur nützlich, um die Geschwister in den Wahnsinn zu treiben. Aber in der heutigen Zeit kann man damit tatsächlich Geld verdienen und bekannt werden. Was sind das nur für verrückte Zeiten? Das ist ja lustig, dass es sowas gibt hier. Kann man hier Let's Player werden? Die Videospielfähigkeit kann am Computer, Motion, Spielsystem und Tablet verbessert werden. Wird diese Fähigkeit verbessert, werden neue Videospiel-Sozialaktionen und neue Interaktionen am Computer freigeschaltet. Aha. Oh, ein Bling-Bling-Rührei. Sogar mit Speck und Toast. Ah, Rührei essen. Das Inventar wäre nicht so cool, weil dann hast du irgendwann so einen stinkenden Pams in der Tasche. Ich meine nicht, dass das im wahren Leben anders wäre, aber trotzdem. Nett, nett, nett. Bisher gefällt mir das Spiel echt gut, muss ich ja sagen. Ich habe doch noch keine Ahnung, was wir alles hier machen werden. Vor allem habe ich noch keine Ahnung, was wir alles noch hier für Leute erstellen und kennenlernen werden. Aber ich denke mal, bisher, ja, es läuft auf jeden Fall komplett flüssig. Es läuft sehr gut. Es sieht auch sehr gut aus. Es gibt keine Hakler bisher. Gut, es kam bei den anderen Teilen vorher auch erst durch die ganzen Add-ons und neuen Content und sowas hinzu. Wow. Ja, das sieht nach mir aus. So. Habe ich irgendwas glücklich? Das kommt sogar hin. Wenn ich esse, dann bin ich glücklich. Spaß, Energie, Hygiene, Sozial. Wir haben kein Telefon. Wir haben kein Telefon. Gut, wir haben einen Computer. Wir brauchten schon ein Telefon. Web-Job suchen wir vielleicht. Ganz cool schreiben. Kontakt knüpfen. Witze schreiben. Oh, das ist genau mein Ding. Ich habe ja auch immer so ein, ich habe ja auch, es mag vielleicht immer so spontan erscheinen, wenn ich irgendwelche Witze raushaue, aber eigentlich habe ich die Jahre vorher geplant. Da habe ich schon damals, als ich noch ein kleines Kind war, habe ich die geplant und aufgeschrieben. Und deswegen liegen wir heute auch noch so ein bisschen altbacken. So. Wir haben irgendwas erreicht. Ich glaube, das war okay. Wir möchten Freundschaft schließen, weil glücklich ist. Das ist schöne Grammatik. Klicke auf einen Sim und führe freundliche oder lustige Sozialaktionen aus, um die Beziehung zu verbessern. Haben wir denn Leute, die wir überfallen können hier? Äh, hallo? Auf mal nicht. Das sind voll die Polo-Häuser hier. Ich will auch mehrere Stockwerke haben. Wobei, ich habe ja schon mit einem Stockwerk hier Probleme. Das voll zu knallen mit. Mit meinen begrenzten finanziellen Mitteln. Wobei hier, das ist, das ist der Allgemeinbaumodus, ne? Drehen wir das mal. Das sieht so ein bisschen komisch hier mit dem Sofa aus. Ja, sieht auch nicht besser aus, aber ist egal. Auf jeden Fall, Spaß ist vorhanden. Ich gucke mal, je nachdem. Comedy-Fähigkeiten war besser. Du kannst mehr über eine Fähigkeit, also haben wir es schon gemacht. Für jemanden, der das ganze Leben für einen Witz hält, ist Komiker die perfekte Wahl. Hat Comedy-Fähigkeit erworben. Aha, 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 aha. Die Comedy-Fähigkeit ist im Umgang mit anderen Sims und dem Mikrofonständer äußerst nützlich. Wird diese Fähigkeit verbessert werden? Neue Witz-Sozialaktionen, Comedy-Auftritte und die Möglichkeit, Comedy-Auftritt am Mikrofon zu improvisieren, freigeschaltet. Ich möchte tatsächlich, ich weiß nicht genau, Videospiele-Sachen wäre ganz interessant als Job, aber es wäre irgendwie, weiß ich nicht. Eigentlich Koch wäre nochmal eine ganz coole Sache, vor allem, weil wir haben ja gesagt, dass er irgendwie kochtechnisch cool drauf ist. Ziemlich lecker. Das war ein leicht, das war ein recht köstliches Gericht. Lektion kreativ, Rahmen ist kreativ. Kreative Sims finden häufig Inspiration. Können sie keinen kreativen Aktivitäten nachgehen, leidet ihre Stimmung darunter. Wir kommendieren gerade mal vor uns hin, ne? Durka. Hier kannst du mal, bevor wir aber was anderes machen, wir brauchen Geld, wir brauchen unbedingt Geld. Job suchen. Ich bin mal sehr, 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 sehr stark dafür. Wie konzentriert ich dabei bin. Hallo? Ja, so sitze ich auch immer hier, fuchtel mit meinen Händen herum. Und sage Huronji. Grinst, grinst nicht so blöd, ey. Negative Gefühle. Die Gefühle deiner Sims beeinflussen ihr Leben auf ungeahnte Weise. Wir zeigen dir, wie das funktioniert. Wahrscheinlich, indem sie grantig werden. Äh, was haben wir denn? Stimmungen, Stimmungen. Sims erhalten Stimmungen von den Dingen, die ihnen widerfahren. Wahre über schmutzig, um mehr darüber zu erfahren. Er ist doch nicht schmutzig. Oder? Ach, das wird jetzt hier, ist das jetzt eine Beispielgeschichte? Oder was? Oder wie? Sims erhalten Stimmungen. Ja, sehr gut. Absolut inspiriert. Wegen Merkmal Kreativ. Äh, ziemlich lecker. Ja, unwohl fühlen. Warum? Jetzt mal weiter klicken. Ach, hier. Unwohl schmutzig. Weil Hygiene niedrig. Der Schmutz nimmt langsam überhand. Wird schmutzig in vier Stunden. Oh. Ich hätte auch mal gerne so eine Anzeige, wann ich schmutzig werde hier. Unwohl fühlen. Nein, Sims fühlt sich aufgrund seiner Hygiene unwohl. Er stinkt. Fahr über das Gefühl, um mehr darüber zu erfahren. Haha, deswegen fahren. So, alle Gefühle haben unterschiedliche Auswirkungen auf Sims. Ja, der wird dann grantig. Dann dusch mal. Na, nachdenklich duschen. Dampfen, ich dusche einfach mal normal. Nachdenken kann ich später noch. Hier, komm. Machst du mal weg? Sitzen. Man kann sitzen aufhören, aber Witze schreiben geht anscheinend noch. Okay. Äh, Jobs suchen. Duschen. So, hier, dusch mal, bevor du komplett auseinanderfällst. Ja, OBT, ich weiß. Dusche. Also, pflege mit der Dusche. Schön. Meine Tipps sind ganz nett. Ich muss mal gucken, ob ich die nicht ausstelle. Bedürfninsleiste, ich habe die geöffnet. Karrieren. Eine berufliche Tätigkeit ist der beste Weg für Sims, die neu in der Nachbarschaft sind, sich ein Einkommen zu sichern. Irgendwo müssen sie die Rechnungen ja bezahlen. Haben wir einen Briefkasten? Ja, haben wir. Stimmt, den habe ich ja schon abgefeiert. Das ist voll unrealistisch. Ich dusche nie nackt. Ich meine, das steigert sich hier. Wir schwimmen ein bisschen vor. Ja, und wir müssen uns dann auch nochmal um den Job kümmern. Sims besitzen Simoleons. Ja, ist ja schön. Warte mal hier. Opfjörneth. Wo sind die Opfjörneth? Spieloption. Gameplay, Selbstständigkeit aus, vollständig, Selbstständigkeit für gewählten Sims deaktivieren. Ne, automatisch hier, leere Häuser füllen. Tutorials zurücksetzen, aha. Aha. Wie herkömmliches Socialmenü oder Sozialmenü. Ich möchte gerne die Tipps halbwegs. Automatisches Altern. Sims lebendauer, Lebensdauer. Hm, na gut. Online-Zugang, Online-Benachrichtigungen, automatisch neu verbinden, Benutzerdaten teilen. Aha, interessant. Äh, nö. Dann halt nicht. Dann müssen wir da einmal durchkommen. Du, schon mal schneller. Sozial, wir müssen echt mal, wobei, hiernach kann ich mal einen Job suchen, oder? Job suchen. Schreiben. Warum ist das hier angebläut? Ach, weil ich inspiriert bin, ne? Geld, Sims besitzen, Simone. Das haben wir ja schon gelesen. Karriereleiste. In dieser Leiste findest du alles über die Karriere. Maler, lecker Maul, Entertainer, Technik-Guru, nicht unbedingt. Entertainer, nein, lecker Maul. Jeder kann zu Hause ein Essen oder ein Getränk zubereiten. Die Gastronomie-Karriere ist ideal für alle, die einen Schritt weiter gehen und Simoleons damit verdienen möchten. Berufszweig Koch und Mixer. Was ist denn für einen Mixer? Verbrecher. Ich würde mal sagen, Technik-Guru, Live-Chat-Berater. Nee. Berufszweig E-Sportler. Oho, Start-Up-Unternehmer. Aha, das ist ja interessant. Das ist tatsächlich interessant. Allerdings, allerdings, ich würde mal, ich würde tatsächlich für den Koch hier mal machen. Ich glaube, das wäre, glaube ich, das angenehmste. 15 Simoleons die Stunde. 31 Simoleons die Stunde. Eieiei. Aber es ist ja hier, ich muss eigentlich den Koch machen hier. Ich meine, wir haben ihm immerhin schon köchliche Fähigkeiten gegeben. Als Leckermauer, da muss er, da muss er noch was machen. Leistung ist im Moment noch eher so, nicht so 16 bis 1 Uhr, zwei Tage bis zur Arbeit. Hui. Ich muss mal gucken. Soziale Kontakte wären nochmal ganz stylisch hier. Web-Kontaktknüpfen. Brieffreund. Chat. Chatten wir mal. Wir gehen ja nicht nach draußen. Vor allem, hier sind keine Leute. Wahrscheinlich, sobald wir nach draußen gehen würden, würde das hier kommen. Karriere, Ziel, berufstätige Sims haben Ziele, die sie abschließen müssen, um befördert zu werden. Beförderungen bringen mehr Geld in die Kasse und eröffnen interessante Karrieren. Das ist schön. Da freue ich mich. Geld ist immer gut. Karriere, Fortschritt. Aha. Haben wir ja gesehen. Bestreben und Merkmale. Sims haben Bestreben, die den Verlauf ihres Lebens bestimmen und wirkungsvolle Merkmale, die bestimmen, wer sie sind. Meine Herren, gibt es hier eine Menge. Meister Koch. Spezielles Bestreben. Deswegen die Kochkarriere, sonst wäre es ein bisschen sinnlos gewesen, wenn wir dann was anderes gemacht hätten. Alle Sims haben ein lebenslanges Ziel. Ihr Bestreben fahre über das Bestrebenssymbol mit dem Auto. Zufriedenheit von Rahmen. 125 im Schnitt. Ausgeteilt in der Mahlzeit. Befriedigung. Oho. Durch das Erfüllen von Launen und Bestreben erhalten deine Sims Zufriedenheit. Mit Zufriedenheit kannst du für deine Sims Belohnungen kaufen. Wir haben dir ein wenig Zufriedenheit gegeben, damit du etwas kaufen kannst. Öffne das Belohnungs... Öffne den Belohnungs-Store. Aha. Aha. Ist ja interessant. So voll der Hygiene, so voll der Spaß. Energy-Getränk. Ich bin auf die... Ich bin auf... Ui. Ich bin kurz aus dem Spiel geskippt. Ich hoffe mal. Jetzt nimmt es wieder auf. Das war ungünstig. Verdammt. Mist. Ich hoffe mal, das geht trotzdem. Warte. Jetzt hier. Ähm. Was wollen wir denn? Hier 125. Pfff. Ja komm. Wir brauchen noch mal ein bisschen was einlösen. Möchtest du wirklich sofortige Hygiene für 100 Kringel kaufen? Dein verbleibender Punktegut haben beträgt 25 Kringel. Kant-Kringel sind das. Da. Können wir die irgendwie verscherbeln? Mit drei... Bestreben ändern? Wenn dir das Bestreben deines Sims nicht mehr zusagt, kannst du es hier ändern. Aha. Ach so. Das ist aber langweilig. Warum kann man das ändern? Meister Mixer? Nee. Vermögen Wissen? Kapitän Koch. Meister Koch. Nö. Koch ist schon super. Merkmale. Joa. Joa. Fünf große Grillkäsebestellungen zubereiten. Aha. Interessant. Interessant. Ich muss sagen, die Raumgröße gefällt mir mittlerweile doch ganz gut bis auf das Schlafzimmer. Auch das Bad ist vielleicht ein bisschen zu groß. So einen ganz kleinen Ticken. Aber sonst hier geht das eigentlich. Was mache ich da eigentlich die ganze Zeit? Ich chatte, ne? Das geht aber nicht wirklich hoch. Das ist nur so ein bisschen, hier klein bisschen Krams. Man lernt halt nicht wirklich Leute kennen. Da müssen wir doch nach draußen. Anmachsprüche durchsuchen im Internet zu helfen. Kunst durchsuchen. Lustige Videos auf SimTV anziehen. Aha. Simpedia. Nee. Haushalt. Haushalt umziehen lassen. Nein. Wir haben ja doch gerade erst gekauft. Adoptieren. Aha. Programmieren üben. Nee. Hier, komm. Du willst mal. Was hast du denn hier? Hunger hast du sogar auch schon fast wieder. Du kannst noch mal was kochen hier, oder? Hier geht das ja auch. Kochen zum Abendessen. Kochen. Grillkäse. Zutaten. Aha. Interessant. Ich finde es super. Weiße Torte. Oh, Torte. Grillkäse. Ich muss mich da erstmal reinfinden. Wahrscheinlich wird es auf längere Sicht mit einem Sim doch eher unspektakulär. Deswegen wahrscheinlich werden wir da noch einen zweiten Ranschmeißen und uns hier in die Grube des Todes, nenne ich es mal hier das Haus. Wahrscheinlich, weil eben bald Leute sterben werden. Ich befürchte es, wie gesagt, bei Sims 2 im Livestream, unsere Tochter, also es gab zwei Charaktere, er und sie. Er war der Vater, sie war die Tochter. Sie ist uns leider seit, ich glaube in der ersten oder zweiten Tag Verlaufsgeschichte da abgeholt worden vom Sozialamt. Das heißt, einer von unseren beiden schönen Charakteren war leider weg. Und er, naja, er musste sich dann irgendwo eine Frau suchen, weil er wurde fast alt, also er wurde fast ein Knacker. Ähm, hier komm, hör mal auf, da mal rumzuchatten, hier, mach mal was zu essen. Ähm, er wurde halt alt, entsprechend habe ich versucht, ihn da mit einer anderen Dame anzubundeln, dass sie da zusammen, ne, so ein bisschen hier auch mal für Nachwuchs sorgen. Was auch fast funktioniert hätte, äh, wäre er nicht bei einem Techtel-Mächte-Mütte-Dame, eben jenen Dame, die wir gerade mal kennengelernt hatten, äh, gestorben. Ähm, also danach. Erstmal natürlich, äh, als sie im Bett lagen, einfach nur nebeneinander, ohne was zu machen, ist in der Küche der Herd abgebrannt, weil ein Hawaii-Toast drauf lag. Das hat die beiden nicht gestört, das war schon mal gut. Ähm, danach halt, das sieht ganz gut aus, ne, ist lecker. Ähm, danach war das dann so, dass, äh, wie gesagt, die beiden rumgemacht haben, allerdings nur ein Techtel-Mächtel, weil ich wollte nicht direkt ein Kind machen lassen. Äh, leider ist er nach dem Techtel-Mächtel. Gestorben. Tja. Von daher waren alle unsere kreierten Sims leider weg, alle beiden. Und, äh, tja. Entsprechend haben wir da Pech gehabt. Hm. Hm, happe, happe. Mom, nom, nom, nom. Hoch, hoch, hoch. Wenn ich so ein Käse-Sandwich mache, was ich nie mache, dann, äh, oder was ich bisher nie gemacht habe, so ernsthaft mit Überbacken und sowas, müsste ich eigentlich mal machen. Sieht eigentlich ganz, sieht ein bisschen schleimig aus. Aber bei uns, wenn ich was koche, blinkt das meistens nicht. Ich poliere das eher selten. So, Spaß lässt auch schon wieder nach. Ich muss wahrscheinlich mal nach draußen gehen und hier soziale Kontakte machen. Wir können ja auch, äh, glaube ich, wenn wir dann, wo können wir das denn machen? Hier ist auf aktuellem Grundstück zentrieren. Das ist schön. Äh, wir können dann wahrscheinlich sitzen. Ähm, Telefon. Wir haben ein Telefon dabei. Wir brauchen gar kein Standtelefon. Äh, wie komme ich denn in die Stadt theoretisch? Pinnwand. Pinnwand, aha. Spannend. Galerie öffnen. Das haben wir auch gemacht. Ich möchte eigentlich gerne besuchen. Nein. Hier hingehen. Reisen kann man machen. Wo kann man denn hinreisen? Lamas werden rasiert. Das ist schön. Wo kann man denn hinreisen? Ich würde gerne, äh, ach so, hier. Magnolienblütenpark. Könnten wir hin, theoretisch? Gut, Eichdorf. Was wollen wir da denn? Fit für Tourenschule. Hier kann man, ach, hier hat man verschiedene Geschäfte. Sehr gut. Ein Nachtclub. Eine Bibliothek. Ein Museum. Okay. Hier haben wir Wohnhäuser. Hier haben wir Villen. Da sieht man sogar, welche Menschen da wohnen, da unten. Gott. Oder Goth. Das Haus sieht ja ganz knuffig aus. Das ist ein bisschen sehr klein geraten. Wobei es eigentlich ja ziemlich groß geraten ist sogar. Nö, dann, ich würde gerne zurück. Ähm. Ich würde gerne zurück. Reisen mit. Galerie. Nicht reisen. Okay. Machen wir es so. Was sind das für riesige Häuser? Wie, was muss da alles an Krempel drin stehen? Ist ja schlimm. So, ihm geht es ein bisschen grummelig hier, weil er keinen Spaß hat. Das heißt, zocken, zocken, zocken. Big, was? Blickblock? Soll das Minecraft sein oder was? Sims Forever. Blickblock hier. Sims kann doch jeder. Blickblock ist für die ganz Harten. So. Ach, es läuft sich, dass man für Spiele extra eine Fähigkeit bekommt. So, ich schwung mal ein bisschen vor. Ähm. Achso, hier abräumen kannst du da auch nochmal aufräumen. Können wir das doch selber machen? Ja, ist ja langweilig. Ich finde das ein bisschen schade. Oder was heißt schade? Man muss es ja nicht nutzen, dass man hier Sachen selber aufräumen kann. So ein bisschen... Es wäre schön, wenn es im echten Leben auch so wäre, wenn jemand hier, wenn so eine große Hand aus dem Himmel kommt und dann in der Küche aufräumt. Das wäre echt praktisch. Ich würde wahrscheinlich ein bisschen komisch hucken, wenn er plötzlich eine Hand wäre, weil wir eine Decke hier in der Wohnung haben. Es ist total abgefahren. Aber ich meine, es wäre praktisch für alle Beteiligten. Also für mich, der ich sonst abwaschen müsste. So, Spaß. Es ist wieder volle Möhre hier. Blase. Hier kannst du nochmal dich ausleeren. Wo ist eigentlich die Uhrzeit hier? Da unten. Sonntag, 20 Uhr 43. Wann muss ich denn zur Arbeit? Simologie, Perceptionist. Aha, aha. Ich schnauze. Was haben wir hier? Sofort die Hygiene. Aha, Inventar. Inventar. Schnauze. Die schlendernden Leblosen. Das klingt nach Walking Dead. Keine Beziehung. Schade. Videospiele haben wir als erste Fähigkeit jetzt hier. Einen höher wird wahrscheinlich gleich sein. Ich höre jetzt auf und gehe erstmal auf den Pott. Das ist wichtig. So, hier. Genug gespielt. Erstmal ordentlich befreien. von dem Zeug, was du bei dir trägst. So, weil das geht ihm so ein bisschen auf die Eier gerade. So, schlafen. Nächelchen machen. Schlafen. So richtig schlafen. So richtig mit einatmen, ausatmen. Und ratzen dabei. Schlafen halt. Ich glaube, da muss man nicht viel zu erklären. Ich glaube, jeder hat schon mal geschlafen. In seinem Leben vielleicht. Hoffe ich mal. So, der Job. Wann fängt der genau an? Wann haben wir das gesagt hier? Job, 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 Beziehungen, Karriere. Wann müssen wir da hin? Dreimal Geschirr abwaschen. Null von drei. Haben wir noch gar nicht gemacht. Oh, guck mal. Ein schlafender Sim schwebt davon und vergisst die Sorgen des Tages. Das wäre schön. Ah, die Bäume haben Party hier. Für die Dance-Bäume. Nett. Das Licht natürlich überall angelassen. Hätten wir da einen Lichtschalter anbauen sollen? Kann man hier Licht ausmachen? Ausschalten. Automatische Lichter. Dieses Licht, alle Lichter. Machen wir es so. Ich glaube, das wäre energieeffizienter. Ich weiß nicht, ob das sich dann auf die Rechnung auswirken würde, wenn man überall Lichter hat oder wenn man die Lichter anlässt oder auslässt. Das ist so doch viel netter. Ist alles sehr bläulich, wenn das Licht aus ist. Hunger. Was macht er denn jetzt? Er macht, er macht, äh, was Toastiges, oder? Ja. Käsegrillen. Ach, Käsegrillen. Natürlich Käsegrillen. Rahm hat Level 2 der Fähigkeit Kochen erreicht. Sehr gut. Ich bin, ich bin stolz ein bisschen. Fünf große Gräse, äh, Grillkäsebestellungen. Was heißt Bestellungen? Klick auf den Kühlschrank, wähle Kochen, wähle das Grillkäserezept aus der Liste und wähle die Familien- oder Partygröße. Ja, aber das ist ja erst sinnvoll, wenn wir da irgendwelche Leute haben, sonst kommt ja das ganze Essen weg. Das wäre ja auch blöd. Und dann muss eigentlich das Fenster, gefällt mir noch nicht so ganz. Wir sollten echt mal Interaktionen hier, soziale Interaktionen machen. Wobei ich auch glaube, dass ich das alles erst beim nächsten Mal machen werde hier, weil ich glaube, ich bin jetzt mal gespannt, was ihr überhaupt, äh, sagt dazu, dass hier sowas gerade passiert. Von wegen Sims 4 und vor allem mit dem Kollegen hier. Sieht er aus wie ich, so ein bisschen. Das sind genau meine Boxershots. Ähm. Und natürlich viel wichtiger, wie soll sich das alles entwickeln hier? Was sollen wir hier machen? Was wären denn so Sachen, die ihr vorschlagen würdet, was hier zu machen wäre? Ich meine, sterben, äh, man sollte es nicht provozieren, aber vielleicht kriegen wir sogar der ja das hin. Von daher dürft ihr gerne schreiben, was denn hier eure Wünsche wären, was denn passieren sollte. Von daher würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Er ist verspielt, so sieht er auch aus und ist glücklich. Und wir sagen, vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal, weil die Sims 4 mit dem kleinen, äh, Rahmen nicht WG, weil er alleine wohnt. Noch wohnt er alleine. Adieu.